In fünf Minuten lassen wir es losgehen. Ich begrüsse Tim Appenzeller Lenzenalm. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr gut fahren und nicht vom letzten Jahr wiederholen. Mit Rippenbruch und so weiter und Kartbruch und Achsenbruch. Und was weiß ich, was er für Brüche heute Abend. Zellenteppe. Alles Gute. Danke, die Rennleitung wurde nicht bestochen. Nicht bestochen die Rennleitung. Wer weiß, wer weiß. Also ein bisschen Sinne. Aber es geht jetzt dann gleich weiter. Das wird mal ganz sehr richtig gelassen. Ja, der Applaus ist etwas schüchterer. Aber wenn es ihr die Händenzucht in der Hosentasche einfach rausnehmen. Ich versuche eh vorhin. Was? Das ist hervorragend. Aber das üben wir dann. Das war schwere Lieferung. Servus. Für mich. Das werden wir nicht mit. Das ist ganz sicher. Aber das war. Vielleicht wollen sich das nächste Rennen schon mal etwas bereinfachen. Für den ersten Dörrn. Das sieben schreibt nicht. Für den Kartengruppen. Aus der verdammter Kartengruppe. Ein paar Fehler jetzt. Wollen wir mal hintereien. Die Acht. Die Sechs. Die Eins. Holy. Der halfur. Den haben wir ja auchig gebraucht. Der war Tyranni-Modern. Vielen Dank.